also freunde um die nächste legendäre waffe zu bekommen geht ihr hierhin ja wir sind hier in lärschentau recht mit blumenkünstler roland und dann hat da steht es auch blumenkünstler roland genau heuert ihn an an die arbeit verstanden ich komme mit und geht mit ihm dann zu dem altar hier ich zeige es euch schauen wir mal wo war er gucken wir mal ganz kurz muss ich nur so ein bisschen orientieren hier genau hier da war er immer von flammkirch aus würde ich sagen genau also ich gehe dann von flammkirch aus da geht ihr von flammkirch aus könnte auch von von dings ausgehen wenn ihr das möchtet hier ins kürzer ist für euch mond weiß ich weiß jetzt nicht was kürzer ist keine ahnung testen das jetzt hier einfach mal ihr geht dann quasi hier rein wir befinden uns wo wir das ja hier so na alter der flamme geht zu der frau hierhin und dann untersuchte sie und dann erfahrt ihr die abenteuer eines clerica novizen fortsetzung genau wenn ihr diese informationen habt nimmt ihr den kollegen im schlepptau geht nach neudelster und erst mal selber gucken wo neudelster hier ist geht hier rein so dann müsst ihr hier hochgehen und ihr müsst euch pancakes besorgen und zwar gucken wir mal bei mir hätte fangenkuchen die habe ich jetzt schon die müsst ihr von dem kollegen holen wenn ihr das gemacht habt geht ihr nach trugbracht oder dem kleinen mädchen am friedhof war genau zu ihr hier und dann spreche sie an bist du roland der blumenkünstler ich grüße dich wie ich hörte bist du einer großen bewunderin meiner werke stimmt ich habe mal einen garten gesehen den du gestaltet hast es war wie ein traum all die schönen blumen das ehrt mich ich verspreche auch weiter wunderbare werke für dich zu erschaffen daran zweifle ich nicht das wird sicher toll unglaublich all meine wünsche sind in erfüllung gegangen nein du hast sie mir erfüllt meine eltern hatten recht es gibt wirklich noch viel für das es sich zu leben lohnt also gut ich werde nicht aufgeben und alles tun um wieder gesund zu werden es gibt noch so viel das ich tun möchte aber zuerst muss es mir besser gehen danke dass du all meine wünsche erfüllt hast und zur belohnung bekommt ihr 15.000 silberblätter und freudenweste vitalisierte marmelade das ist der legendäre gegenstand meine freunde mein name ist jedino ich wünsche euch viel spaß wir sehen uns im nächsten video bis dann ciao